So. Boah, was ist das für... Ich bin jetzt ja Single für die Ladies da draußen. Ach ja, ich zeigts ja auch schon an, ne? Natürlich. Ich bin auch Single für die Ladies da draußen. Jetzt hör auf damit. Oh, warte mal. Was? Es gibt keine Rouladen mehr. Keine Rouladen mehr. Tobi hat sich geräuscht, weil er lebt noch. Er ist der Traitor. Okay, ich bin jetzt hier vor dem Raum. Ich hab Angst, dass jetzt hier... Ich hab keine Ahnung, wo der Raum ist. Wenn ich tot bin, ist der Traitor also in den... Was denn? Ja, Gott, warst du komisch geblieben. Hä? Hä? Okay, ich bin grad ein bisschen verunsichert. Höh! Okay, das war ich, das war ich. Ich dachte, einer von denen wär vielleicht ein Fass. Warum ist das denn so? Ich wollte sagen... Okay, einer ist tot. Okay, ich such die Leiche. Ich such die Leiche von einem von den beiden. Die waren grad noch da hinten in diesem Räumchen. Okay, ich geh jetzt mal dahin. Guck... Ah! Achso. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Ich will grad ganz langsam mich in Sicherheit bringen. Ähm. Es ist der Curry. Glaub ich. Hier hängt einer. Und es ist... Ich muss... Ich bin hier in dem Raum. Ich bin hier in dem Raum. Und ich habe Tobi gefunden. Es ist Curry. Oh Gott, scheiße. Oh Gott, ich muss aus dem Raum raus. Ah! Okay, pass auf. Da, wo du bist, ist der Traitor-Raum. Und der Tobi hängt da tot. Angehangen. Ja, jetzt ist es natürlich schwierig. Was machen wir jetzt? Ich versuch grad mit diesem Jump irgendwie rüber zu kommen. Das geht nicht. Curry, jetzt quatsch doch mal wieder. Wir wissen, dass du Traitor bist. Ich bin nicht Traitor. Okay. Hä? Ich war kurz neben was holen. Ja, ja, ja. Was machst du denn die ganze Zeit im Traitor-Raum? Ich bin nicht im Traitor-Raum. Natürlich bist du im Traitor-Raum. Kannst du mal bitte den Tobi abhängen? Der ist da. Der hängt da so unwürdevoll. Ich kann damit nicht leben. Er ist nicht im Traitor-Raum. Hä? Nicht? Er ist hier. Er ist genau hier in diesem Raum. Ich hab Angst. Und Hunger. Ich fang meine Idee erst morgen an. Ich mach mir gleich was schön fettiges zu essen als Belohnung. Dafür, dass ich hier TTT spiele mit Curry. Der Curry ist klein! Oh Gott, scheiße. Der Curry hat sich klein gemacht. Was? Du siehst den kaum. Der Curry ist klein. Der ist da drin und der ist klein. Du siehst den auch nicht durch den Fenster. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab dich doch gesehen. Hallo, jetzt reduziert mich nicht auf meine Größe, ja? Okay, warte, warte. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, bitte. Warte. Warte. Mann! Wieso dauert das so lange? Hä? Er hat grad einen Granat geworfen nach draußen. Ja, ich auch. Hier durchs Fenster. Nee, er hat grad eine geworfen von hier durchs Fenster. Ja, ich hab auch eine geworfen. So Curry, hier für dich! Scheiße, fach ich mir. Boah, der Säck. Hier ist draußen. Jetzt ist er da drin. Scheiße, ich komm einfach nicht durch die Fenster. Ich kann das mit dem springen leider noch nicht. Hallo, du darfst. Du musst leise sein. Achso, Entschuldigung. Oh Gott, ich seh das doch, dass du da was geworfen hast, Curry. Scheiße. Er ist oft so doof zu husten. Scheiße. Das war ich gar nicht. Oh nein. Pan? Nein. Darf ich einmal rutschen, Pan? Ja, rutsch da mal. Rutsch da mal. Ey, du kleiner, da läufst du da hinten so klein, du Arsch. Ahan? Ja? Ja, Curry? Darf ich ins Babybad? Ja, du darfst ins Babybad, Curry. Okay. Bin ich zu klein für das große Bad? Curry? Ja? Bist du gerade am Rutschen? Ja. Davon seh ich aber nix. Doch, du siehst mich gleich. Warte. Könntest du aber bitte rutschen? Warte. Ich muss hier gerade noch anstehen, die Rutsche ist rot. Curry? Man darf jetzt rutschen, wenn grün ist. Okay, Curry. Ich weiß, du machst jetzt einen Schoten. Pan, ich rutsche doch gleich. Jetzt warte doch mal kurz. Okay, wo ist er? Wo ist er, der Penner? Wo ist er? Du rutschst nämlich gar nicht. Wo bist du? Hä? Curry? Was denn? Wo bist du? Bist du im Wasser? Curry, was denn? Curry? Was denn? Curry, Mann! Warte! Scheiße, wo bist du? Das macht mich wahnsinnig. Opa! Oh Gott! Tada! Hau ab! Geh einfach nur! Geh! Oh Gott! Curry? Ja? Was denn? Was denn? Was denn? Du kannst dich fragen und er kannst einfach nichts sagen. Ich mag seinen Namen zu sagen. Pan! Was denn, Pan? Pan! Ja, Curry? Was ist los, Curry? Ach, Pan, ey. Das Ding ist, ich stecke hier irgendwie fest. Das ist schön. Ich glaube, du musst mir mal helfen. Pan! Was? Was war das? Pan? Pan! Curry? Lass deine Spielchen sein! Ja, was soll ich denn machen? Ich bin doch kein Traitor! Das ist Tobi! Er hat seine Leiche gefakt! Der fliegt da oben! Da Pan! Guck mal, da oben im Dach! Da fliegt er mit seinem Drachen! Oder mit seinem... Weiß ich nicht. Scheiße. Pan! Jetzt mal ganz ehrlich! Ja? Ich meine, wir kennen uns doch beide schon etwas länger jetzt, ne? Verpiss dich! Wie in alles in der Welt kannst du annehmen, dass ich Trader bin? Ich kann nicht überhaupt... Das finde ich echt nicht gut, ne? Das finde ich echt nicht gut, ne? Vor allem... Du rennst einfach weg, ohne überhaupt Beweise zu haben. Und irgendwann kommt das alles zurück, weil das Karma ist, Pan. Und dann guckste! Dann ist alles vorbei! Und irgendwann ist die Zeit zu Ende! Mann, Scheiße! Oh, Pan, ey! Du hast alles kaputt gemacht! Wäre so schön gewesen! Juhu! Mann, ich muss nicht die Scheißstrecke noch laufen! Hier! Hör ich einfach da hinten in der Ecke festgesteckt ist und kommt da nicht mehr weg, weißt! Hat aber nicht gelogen! Du wolltest Pan umlaufen, aber es ging nicht! Ja, bei dem Pool da, ja! Ich konnte leider nicht so hoch springen! Das hätte so schön sein können! Sorry, wenn ich... Ja, ich muss nochmal ganz kurz erklären! Wenn man tot ist, darf man nichts sagen! Für Leute, die es nicht kennen, ne? Nee, ach du! Das erklärst mal TTT überhaupt! Das ist ja... Was meinst du? Ich erkläre es aber auch den Zuschauern, warum wir alle die Fresse gehalten haben! Manche wissen das vielleicht nicht! Ach so! Wenn man tot ist, darf man nichts sagen, weil man sonst eventuell verrät, wer der Traitor ist, bla bla bla! Genau, genau, genau! Und dann kann man halt auch so die Psycho-Spielchen spielen! Also ich sag, Tobi ist jetzt Traitor! Nee! Warum ist er noch Preparing? Ich bin innocent! Tobi ist es! Ich bin auch innocent! Nein, ich bin innocent! Ich hab's an deinem Stimmen lange gehört! Man muss das natürlich immer am Anfang sagen! Komm, Tobi, gib mir Headshot! Komm, komm, du bist Traitor! Komm! Komm mit da hinten in den Raum! Ich geb dir Headshot! Ich komm jetzt mal mit! Ja, Tobi! Das ist Tobi! Komm mit! Komm mit! Tobi! Stell ich da drauf! Ja! Was ist denn das? Stell ich da drauf! So! Und jetzt? Nee, hau ab! Curry, komm doch mal! Stell ich da drauf! Nein! Ich glaub Curry ist Traitor, das ist nämlich das Ding! Ey, willst du mich verarschen, Alter? Ja, warum gehst du denn dann weg? Stell ich doch da drauf! Der war schon jemand so übereinander Traitor! Warum stellst du dich nicht da drauf? Alles klar, komm her! Hier! Ich war grad schon Traitor, geht nicht mehr! Ey! Komm, ist es! Erik ist es! Die Hinterhändige! Die Hinterhändige! Was denn? Ist er das jetzt? Wer ist jetzt? Was? Curry, lebst du da? Ich bin's nicht! Ich bin's auf keinen Fall! Ich glaub der Erik ist es! Ich muss nochmal gucken! Ich müsste die Leiche da durchsuchen! Komm da nicht hin, glaub ich! Erich! Ah ja! Der Erik ist es! Hallo, Erik! Was? Was? Was ist denn los? Boah, ich bin so schlecht im Traitor-Sein! Ach Quatsch! Das kommt alles mit der Zeit! Du bist richtig dreckig! Und dann gehst du danach erstmal immer baden! Hätt ich die Tür auf! 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 Ich werde dich bekloppt! Ich mache ja schön alle Türen zu! P'th! PBE-FIN Weicht! PESCHT! W-W-Was macht ihr denn grade? PASCHT! P Judas P founder premi... Oh mein, diese Tour ist voll laut. Brumm, Brumm, Brumm. Ja, das ist echt. Hey Erich. Was war das? Lass da mal stehen, Erich. Was machen diese Menschen da? Tobi? Ja. Okay. Ich versuche ihm gerade den Weg abzuschneiden, aber er ist hier glaube ich entflossen. Baby von Musicates. Lalalala. Lalalalalala. Ah Pan, das bist du, alles klar. Der ist hier irgendwo, pass auf. Nein, nein, das bin ich im Wasser. Die Frage ist jetzt nicht bei diesen Tonnen hier. Scheiße. Tja, das ist gerade für mich ein bisschen doof. Na gut, okay. Ich hab da noch grad was geguckt. Was denn? Ich kenn mich hier nicht aus, ihr müsst mir helfen. Ach komm Alter, das funktioniert nicht mehr. Was denn? Ich kenn mich wirklich nicht aus. Ich kenn die Map überhaupt nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich will hier weg. Oh, ich sollte hier sowieso mal raus, äh, aus Gründen. Ich bin froh, dass du manche Sachen noch nicht weißt. Guck schon um die Ecke. Ah. Tobi? Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich hab ihn glaube ich gleich. Der kann nix, der ist neu. Oh, was war das? Was ist das hier? Das ist so komisch. So, ich bin gleich hoffentlich mal. Ich komm hier nicht mehr raus, das ist doch nicht wahr. Ah, hier. Nein! Das gibt's nicht. Hä? Hä? Aber, was ist denn da los bei euch? Hä? Ich hab nur 3 HP. Das gibt's noch nicht. Nein! Oh. Tja, das, äh, das ist ja... Wie ist das denn da passiert? Huch, ich hab keine Ahnung, wie das passieren könnte. Alter, ich bin so nervös. Ich hab... Ich bin so am Abkappen. Sagen wir Paaren? Ja. Ah ja, ist schon egal. Ist egal. Ist egal. Seh dich schon. Hm? 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 Ah. Wieso bist du so ruhig, Paaren? Wo bist du denn? Nee, der Tweet hat mich erschossen. Oh, dieser Curry. Alter. Hä? 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 Moment mal. Hä? Hä? Was mach ich denn hier eigentlich? Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Steierhunterfall drücken! Hm? Ach so. Ah. Ah. Danke, Stimme aus dem Jenseits. Okay, das klappt aber nicht so gut. Boah. Das ist doch scheiße. Als ich grade im Wasser war und nicht mehr rauskam, wärst du in diesem Trading gewesen, du kannst, ich sag das mal, ähm, nämlich vom Pool dieses Ding, quasi die Schotten wegmachen. Ah. Das wär, und ich kam da nicht mehr raus und dachte, hoffentlich findet der den Knopf nicht. Hoffentlich findet der den nicht. Na, ich wusste nicht genau, was der Knopf macht. Ich wollte den jetzt nicht drücken, einfach so. Ach so. Als ob du nicht einfach mal einen Knopf drückst, wenn du nicht weißt, was der macht. Nee. Ich kenn dich doch. Nicht, wenn draußen Leute rumlaufen, die nicht wissen, wo ich vielleicht bin. Du drückst jeden Tag immer Knöpfe. Ja, ja. Aber nur deine. Drei. Drei. Boah. Wie schwierig. Wo bist du denn jetzt? Das weiß ich selber nicht. Ich kenn die Maps doch alle nicht. Gib mir doch mal einen Hinweis. Boah. Ich hab dich mal mit der Babykanone umbringen. Gib mir doch mal einen Hinweis. Ich hab nur noch 12 HP. Ja, ich weiß. Ich hab danach auch sehr rot gesehen. Aber das Shootout mit Tobi war super gerade. Das war mega cool. Ich weiß nicht, warum du mich nie getroffen hast. Was war da los, Tobi? Hab ich dich nicht getroffen? Naja, zwei Mal oder so. Aber du hast ja zehn Mal geschossen. Ich hatte die Desert Eagle. Das ist somit die komplizierteste Waffe. Ah, okay. Weil die halt so eine komische Schuss-Range hatte. Wollt ihr den Shotgun? Weißt du, wartet er schön ab, bis ich die Tür zumache, Alter. Hä? Warum kann ich hier nicht mehr rein? Ach so, hier. Ja, aber da hab ich auch schlecht gemacht. Pandoria slidet bei mir übrigens durch die Gegend. Ach, hier sind auch mal offen. Pandoria. Du hast mich ja noch nie so genannt. Das ist ja komisch. Guck mal. Pandoria. Was ist denn hier los? Was war da? Ich werd schon wieder innocent, Alter. Was ist das? Ach, Tobi. Komm. Ja, Tobi. Ja, nee. Bin ich gerne. Das war jetzt aber ein bisschen, bisschen akkörig. Wir müssen uns aufteilen. Wir müssen uns aufteilen. Tobi, soll ich dir mal einen Mülleimer schenken? Hier, guck mal. Schenken? Schenken? Schenken wir doch mal was für dich. Ich schenke. Ich schenke. Irgendwann werde ich die Paner schießen, obwohl ich innocent bin. Vielleicht diese Runde. Hey. Stell dir mal nicht so an, wo ist der? Da. Ich trau dir nicht. Alter. Hätt jemand was dagegen, wenn ich Paner schieße, einfach aus Prinzip? Das musst du entscheiden. Ich hab da nichts mit zu tun. Alter, wer war das? So, hier, geschlossene Gesellschaft. War das Tobi? Nein, ist keine... Doch, doch. Ich kann auch bleiben. So, ich hab vorgewarnt. Ich hab vorgewarnt. Eric hat die gekillt? Ja, das war aber berechtigt. Tobi, wir müssen mal kurz... Ich sprüht über ihren Scheißhinn. Der Eric hat die Pan gerade getötet? Ja, aber das hab ich angekündigt. Ich hab jetzt angekündigt, weil die Pan hier über den Scheißhinn sprüht. Dann kann eigentlich nur Curry Traitor sein. Hä? Ich hab vorgewarnt. Weil ich wützte mich nicht und der Eric hat ja gesagt, er ist innocent, ne? Ich möchte ganz kurz nur... Ey, To... Was? Ich möchte ganz kurz nur erwähnen, dass ich das schlechte Karma in Kauf genommen habe. Siehste? Das wird er nicht sagen... Alter, er hat Karma gesagt, ne? Das wird er nie sagen, wenn er Traitor ist. Junge, Tobi, du brauchst gar nicht so anfangen. Du bist Traitor, du Drecksau. Ich bin innocent. Ich kann gar nicht Traitor sein. Ich bin 100% innocent. 100% Ja, klar, das sagen die Versammlungsaft auch immer im Laden, Alter. Weißt du? Und er killt einen und du beschuldigst mich? Was? Ich hab's aber angekündigt. Wollte ich gerade sagen, er hat's angekündigt. Ja, toll! Dann kündige ich das nächste Mal an, ich kille Tobi. Wer war das? Und dann ist es vorbei. Da kündigen wir an und töten mich, komm. Was ist passiert? Traitor-Sau. Was ist passiert? Hat jemand auf dich geschossen? Nee, noch nicht. Ich glaube, dass Tobi ist... Also, ich bin ja nicht Traitor. Tobi schießt auf mich, Tobi schießt auf mich. Hä, hab ich überhaupt nicht? Du hast grad voll auf mich geschossen. Meinst du, ich hab das nicht gehört? Ich hab ne Schrote. Das war ne Granate, die da grad explodiert ist, Mann. Was weiß denn ich? Hat er geschossen oder nicht? Ich muss davon hundertprozentig ausgehen können. Wo ist der Curry denn überhaupt? Was willst du denn von mir? Wo ist der Curry? Es geht grad um dich. Du bist grad im Bilde. Hier, ich bin hier. Hier bin ich. Hallo. Was willst du jetzt? Du bist auf dem Weg zu dem Knopf da oben, ne? Du kleiner Drecksack. Was für ein Knopf da oben ist gar kein Knopf, Tobi. Curry. Okay, Curry, ich bin mal bei dir. Ich hoffe, das ist okay. Ja, geh mal zu Curry. Ich geh dann mal weg. Tobi, du willst mich echt verarschen, ne? Ich geh dann mal weg. Warte. Wir müssen den töten. So. Dann ist der Eric gleich tot. Ich trau' dem nicht. Ah! Okay, ich bin ins Wasser gefallen. Du brauchst gar nicht so auf uns zielen. Tobi, ich seh das. Ich seh das. Mit der Schrote, Alter. Seid ihr bescheuert, oder? Ja, was weiß ich nicht? Ich hab das Schrote. Guck mal. Soll ich euch treffen? Aber der schießt schon wieder. Guck mal, Tobi, hier. Das heil ich von dir. Da. Ja, er schmeißt wieder Granaten. Alles klar. Guck, siehst du, Eric? Ich furz auf dich. Ich furz auf dich, Tobi. Das war er nämlich vorhin auch. 100 pro. Oh, oh. Ich mach mal Tobi. Ich mach mal Tobi. Ganz kurz. Ja, ich häng weg. Ich geh weg. Ey, du hängst. Oh, bist du mal in der Dusche? Ja, ich häng in der Männerdusche fest. Okay. Ich lebe noch. Ja? Und Curry zielt. Ich bin mega verunsichert. Curry ist auch Sniper deshalb, ne? Jetzt wäre ich vorsichtig bei dem. Junge, hier. Nimm meine scheiß Sniper hier. Ja, alles klar, Curry. Danke. Ja. Als ob ich die jetzt nehmen, weißt du. Hast du die nicht genommen? Ja gut, dann nehm ich die wieder. Diese Sniper wird uns vielleicht töten, Eric. Das weißt du hoffentlich. Ja, ja. Ich versteck mich gar nicht. Das Geile ist, ich hab Zeit. Ich mach grad von dem Flo einfach. Tobi, du weißt aber schon, wenn ich jetzt einmal rutsche, ist deine ganze Scheiße, die du grad laberst, ist einfach mit einer Rutschpartie widerlegt. Weißt du, Tobi, ne? Du weißt, dass du grad auf ganz dünnem Eis stehst, Tobi. Warum? Warum, wenn du rutschst? Was ist denn, wenn du rutschst? Ja, dann wird bewiesen, dass ich nicht Trailer bin, weil es dann grün aufleuchtet. Wo rüchte das grün auf? Und genau das mach ich jetzt, Tobi. Denn dann bist du beim Arsch. Ich weiß nicht, warum man grün aufleuchtet. Ich kenn das nicht. Ich kenn das nicht. Wo ist das? Nee, das reicht schon, wenn du das hörst, Tobi. Oh, Tobi. Du bist am Arsch, Tobi. Ich drück jetzt erstmal das Knöpfchen gleich. Oh, Tobi. Du bist am Arsch. Hier, zack. Hör genau hin, Erik. Guck. Pass auf. Da. Ding. Grün. Oben, kannst du sehen. So. Was ist jetzt, Tobi? Ja, dann töte ich jetzt den Erik. Komm mal da hin. Geh mal hier hoch. Tobi, du bist ganz am Arsch, Tobi. Du musst hier einmal die Treppe hochlaufen. Töte mich, Curry. Komm. Okay. Wenn du dir sicher bist, Curry. Und da musst du rutschen? Ja, ja, da musst du rutschen. Okay. Ich bin mir sowas von sicher, dass du das bist, Tobi. Ja, ja, ja. Also, Erik geht jetzt rutschen und dann ist es vorbei, Tobi. Ich würde mal richtig Hinde machen jetzt, ne? Ja, mach mal. Aber du musst ihn auf jeden Fall aufhalten jetzt, Tobi, ne? Was ist der Tobi? Hey, warum rutschst du nicht? Warum rutschst du nicht, Erik? Ich trau dem Tobi nicht. Der schießt mir mal rutschen oder so. Hier unten, mein Freund. Warte mal. Okay. Was ist denn jetzt los? Er ist Traitor. Ich sag's dir doch, Curry. Ich bin doch kein fucking Traitor, man. Ich trau den beiden aber nicht. Gerade beschwunst du mich, Tobi, und jetzt auf einmal ist es Erik. Ja, du wolltest mich doch töten. Guck mal, der Erik rutscht. Siehst du das da oben? Ja, natürlich nicht. Ich warte auf dich, Tobi. Wenn du nach oben kommst, rutsch ich. Aber ich trau dir kein Meter. Okay, ich bin raus. Ich komm nach oben und ich wette mit dir, Curry, ich bin gleich tot. Ja, werden wir ja sehen. Einer von euch ist es auf jeden Fall. Ich hab ne reine Haut. Ich werde jetzt auch einfach die ganze Zeit durchlaubert und dann direkt aufhören. Sobald der Erik mich getötet hat, weißt du? Was mach ich jetzt die ganze Zeit? Komm, Erik, töte mich. Muss ich links oder rechts? Ich kenn das nicht, keine Ahnung. Du hast es schon tausend Mal gespielt, Alter. Ich muss jetzt entscheiden. Ich muss jetzt entscheiden. Ich muss jetzt entscheiden. Rutsch doch mal. Okay, komm, ich geh. Das war ich nicht. Ich war das nicht. Tobi muss es sein. Tobi muss es sein. Auf jeden Fall. Tobi muss es sein, Erik. Ich trau dir einfach null. Curry. Welche Seite muss ich rutschen? Ist es egal? Ich hab keine Ahnung. Das ist egal, Tobi. Erik, du kleine Sau. Du bist ein Wichser. Vanierlos. Das war ich nicht. Sieht man mich jetzt hier? Alter. Ich hab's angekündigt. Das blöde ist, ich muss jetzt unten ins Pissbecken. Ja komm, der Tobi hat mich die ganze Zeit schon genervt, Curry. Ich hab da gerade eingekommen. Da hab ich dann gefallen getan. Das blöde ist, wenn ich jetzt, sobald ich hier unten rauskomme, bin ich natürlich tot. Was passiert hier? Was passiert hier? Achso. Hä? Was ist denn das jetzt? Was denn? Wieso wurde da gerade Gronkh angezeigt? Ja komm mal her, ich hab Zeit. Du kannst mich jetzt schön suchen, mein Freund. Wie? Ich soll dich suchen? Ja such mich, komm. Du bist doch Traitor. Du willst doch alle töten. Warum soll ich dich denn suchen? Mach doch Spaß, ne? Mach doch Spaß, mach das, ne? Eigene Freunde zu töten. Das macht mir gar keinen Spaß. Ich hasse töten. Töten geht mir wieder die Natur, Curry. Ich tue es für meine Familie. Ich weiß genau, wo du bist, ne? Das ist dir schon klar. Ja, natürlich weiß ich, dass du weißt, wo ich bin. Ah. Denn niemand kennt diese Maps so gut wie du, Curry. Niemand. Niemand kennt sie so gut wie du, Curry. Tobi, sorry. Okay, scheiß drauf, ich komm jetzt. Das ist für Tobi. Ich lade nochmal nach. Doppelmuni. Schrot. Mitten im Kopf rein. Digger. Dann haben wir festene吗? Nein danke. Nur noch etwas Important werden. Geef Beatit. Voilà. Ja. Also ganz. Pusha... Więc. Nichts Étigs. cakse mit beschriften. Schrotz leben! Ja! Oh, alle waren gut kassiert, ne? Nein! Nein! Du Dreckiger! Du Dreckiger! Ich wusste sofort, dass du es bist! Ich hab dir kein Wort geglaubt! Von wegen, ich hab's angekündigt, dass er gefunden ist! Fressen für dich, ey! Das sind die ersten Runden, du Asi! Echt! Boah, das sieht auch viel schlimmer werden, ey! Voll der Drecksack, ne? Das ist erst der Anfang! Das ist die erste Aufnahme! Und er hat selbst den Curry, der immer so misstrauisch ist, er hat selbst den Curry reingelegt und den Verdacht auf Tobi gelenkt, ey! Was ist denn los? Ja, macht dir Spaß, ne? Ich will wieder Dead by Daylight spielen, Alter! Das ist immer von dieser Scheiß-Mutter-Siege... Ey, weißt du, ey! Ey, weißt du, was wir jetzt machen, Leute? Weißt du, was wir jetzt machen? Ja? Wir töten den Erik in der Runde! Wir kündigen an, dass wir den Erik töten, und wir sind's alle nicht!